Wenn wir noch stärkere Waffen jetzt haben an den Raumschiffen, sind die bestimmt noch krasser. So, und der letzte, zack, so. Und wieder von vorn, zack. Und jetzt du. Oh, du kannst gar nicht angreifen, doch kannst du. Die sind nicht in Reichweite, gibt es gar nicht. Oder nicht. Wie langweilig. Ihr seid keine Gegner für mich. Ich brauche Gegner. Keine Opfer. Es ist wieder wie bei 300, ne? Wir machen hier voll die Riege vor unserem Planeten und keiner kommt an uns vorbei. Da können sie mit Magie kommen. Da können sie mit berittenen Reitern kommen. Nichts funktioniert gegen uns. Wir sind die Spartiaten. Ich hoffe, die wollen gar nicht nach vorne, ne? Ohne Spaß. Dann komme ich zu denen. So. 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 Das ist eigentlich der gelbe Punkt. Hm. Himmel sind die weit hinten. Da kommst du ja nie ran. Dass ich so weit schießen kann noch. Immer noch. Ah, jetzt kriege ich, den kriege ich aber nicht mehr. So. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Kaputt. Alles klar. So. Wollen wir nochmal gucken. Jetzt sind von uns allen Schiffe im Orbit. Selbst von den Blues ist da ein Schiff. Von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins fehlt. Und zwar von den Aras, glaube ich. Ich hoffe, von den Aras. So. So. Ja, meinetwegen. So. Und wollen wir mal hier gucken. Und direkt Anschluss vom Orbit. Finde ich cool. Jetzt geht es nur noch darum, von den anderen die Planeten zu klauen. Da müssen wir nämlich selber anfangen. Oh, 149 Schiffe der Springer im Orbit. Kann ich hier eigentlich abfangen? Mal so nebenbei. Das probieren wir später mal. Hier sind ja wieder die Blues. Fünf Schiffe. Hier sind nochmal drei Schiffe. Die wollen beide hier hin. Hier hin wahrscheinlich. Okay. Interessant. Das gehört denen, aber von uns sind fünf Schiffe im Orbit. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber egal. Ja, jetzt wollen wir auch nichts anderes packt von uns. Die ist einfach zu gut für die. So, das läuft ja alles, nehme ich an. Ja. Das ist jetzt der Minus. Das ist ganz normal, weil wir hier Schiffe bauen. Wir müssen hier halt nur aufpassen, dass wir nicht ins Minus kommen damit. So, dass wir hiermit nicht ins Minus kommen. Oder, beziehungsweise auf Null. Minus geht ja nicht auf Null. Weil dementsprechend versagt dann unser ganzes System wieder. Wie auf den anderen Planeten. Jetzt haben wir schon sechs gebaut. Cool, wa? Oh, wir haben sogar schon zwölf gebaut. Okay. Interessant. So, das ist ja Jablima. Gucken wir mal. Jablima. Die zwölf hier. Sind das alles? Das sind alles Illusion Prize. Läuft. Alles Illusion Prize. Die acht, die hier sind, greifen einfach Spaßeshabern bei diesem Blues Planeten an. Weil ich da Bock drauf hab. Weg. So. Bin gespannt. Das sind noch die ganz kleinen Schiffe, ey. Wie heißen die? Kleine. Ne, nicht mal. Boah, alter. Oh, wir gewinnen noch. Huh, das wird knapp. Eu, 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 eu. Yes! Gucken wir doch gleich mal hin. Zeige mir mal den Planeten. Aha, aha, aha. Ist ja nix. Der war so, äh, echt? Das Ding hat zu viel Schaden gemacht? Das war shit, ey. Hm. 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 Ist ja nix, ey. Naja. Hm. Du kriegst erst mal so ein bisschen Bevölkerung und ein bisschen Leichtindustrie. So, du kriegst Schwellindustrie. Äh, Leichtindustrie meine ich. Und du kriegst auch Leichtindustrie. So. Alles klar. Und, schon besser hier? Ja, läuft. Das ist gut. Wie sieht's auf den anderen Planeten aus? Hier möchte er nicht mehr reinkommen. Hier möchte er auch nicht mehr reinkommen. Wie sieht's denn hier aus? Ach, hier haben wir keine Schwellindustrie. Hahaha. Hahaha. Die machen aber auch nix. Ach ja. Die hier müssen übrigens weg. Die braucht keiner mehr. Die braucht keiner mehr. Haben wir hier noch irgendwas? In Sachen Forschung, was so weg kann. Das nimmt nämlich nur noch Ressourcen weg. Ich glaub, das war alles. Dann gucken wir nochmal auf dem Planeten. Das hier muss weg. Das hier muss weg. Oh, da läuft sogar der Planet gerade. Das hier muss weg. Das muss weg. Der hier muss weg. Analysezentrum. Du meine Güte. Das muss weg. Der muss weg. Aber wir sind ja echt ein paar mehr, ey. Was erforschen die jetzt noch? Die können ja gar nix mehr erforschen. Wir haben alles erforscht. Selbst die Galaxie haben wir erforscht. Die ganzen Ressourcen kann er neu arbeiten. Oh, hier gucke mal. Großanlagenrechner. Na Mensch. Das war's. So. 42 Schiffe der Blues. Ja. Haben die Blues ja nicht noch irgendwelche? Weil dann wäre es mir nämlich egal. Nee. Hier haben wir 25 Schiffe. Wie sieht das hier aus? Jetzt haben die nur noch drei. Wie sieht das auf der Karte aus? Weil wenn jetzt ähnlich. Wir sind hier. Und hier kommen insgesamt von drei Positionen Schiffe. Können wir doch hin da ran? Oh ja. Sehr gut. So. Das ist ein Schiff. Das sind 39 Schiffe. Das sind zwei Schiffe. Gucken wir jetzt den vier Runden an. Stimmt das? Stimmt das? Hallo? Stimmt das? Nee, in einer Runde. Wo kommen die denn her? Das ist ja eigenartig. Auf jeden Fall können wir das nicht halten. Aber ich würde ganz gerne. Dann würde ich die Schiffe da ihm rüberziehen. Die hier. In einer Runde. Automatisches Kampfsystem aktiviert. Und diese kleinen Schiffchen gegen meine großen Monster, alter. Guck dir die an. Vergleich die mal, man. Geile Scheiße. Was ist noch alles weg? Also die Blues, die können mich mal. Die sollen jetzt hier aber nicht, äh, mal ein kleines Schiffchen kaputt machen. Hä? Oh. Die machen jetzt so viel Schaden. Ja, super. Hätten sind ja noch welche. So. So. Du. Und verziehst sie nach hinten. Du. Und verziehst sie nach hinten. So. Weiter geht's. Und verziehst sie nach hinten. Kleinen reißen halt nichts mehr, ne? Was willst du machen? Müssen wir irgendwie... ...safen. Wir können wahrscheinlich noch gegen die anderen... ...gegen die anderen Zivilisationen was ausrichten, weil die halt irgendwie gar nichts können. ...gegen die anderen Zivilisationen was ausrichten. Wir können jetzt nicht mehr... ...gegen die anderen Zivilisationen was ausrichten. Wir können jetzt nicht mehr... ...gegen die anderen Zivilisationen was ausrichten. Wir können jetzt nicht mehr... ...gegen die anderen Zivilisationen was ausrichten. Wir können jetzt nicht mehr... ...gegen die anderen Zivilisationen was ausrichten. ...gegen die anderen Zivilisationen was ausrichten. Wir können jetzt nicht mehr... ...gegen die anderen Zivilisationen was ausrichten. Wir können jetzt nicht mehr... ...gegen die anderen Zivilisationen was ausrichten. Oh, das sind aber weniger jetzt. Ich stelle mir so einen Weltraumschiffschlachten voll schlimm vor. Nein, warte, ich mache den Satz nochmal. Ich finde, ich denke, ich stelle mir vor, dass so eine Raumschiffschlacht richtig schlimm ist. Weil du kannst ja nirgends hin. Also Platz wäre genug da im Weltraum. Aber du kannst ja wirklich nirgends wohin. Wenn du so jetzt auf der Erde so eine Seeschlacht hast und dein Schiff sinkt, ja gut, dann hast du eine Schwimmweste um und kannst unter Umständen noch von alliierten Schiffen gerettet werden, wenn du da im Wasser treibst. Das geht im Weltraum nicht. Und selbst wenn, ist die Luft in einem Raumanzug doch relativ knapp. Und tschüss. Und daher gibt es dann wieder töten oder getötet werden. In einer Runde haben wir schon wieder drei Schiffe gebaut, die gibt es ja gar nicht. So, ich würde ganz gerne diese Schiffe abziehen. Und zwar alle außer die Voyager-Dinger. Voyager kann ruhig da bleiben. Ja. Und tschüss. Sehr gut. Genau so wollte ich das. Warnung. Kampf beginnt. Keine weiteren Kampfhandlungen geortet. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sieht das hier aus? Ihr möchtet nach Dabima 2. Das ist wahrscheinlich wieder... Ah, okay. Ja. Einfach mal da sein. Ich weiß sogar. So. Wie sieht das sonst hier aus? Ihr seid die Arkonen. Und ihr möchtet nach Teg Dutra 2.1. Das ist hier oben. Ja. Ihr seid Arkoniden. Ihr wollt da hin. Den kenne ich sogar auch. Gibt es gar nicht, okay. Ich weiß nicht mehr. Oh. Ähm. Ich glaube, hier war das, ne? Dieser kleine Planet da oben. Der war das. Ich glaube, den wollte ich... Den mache ich... Den erober ich auch mal zunächst. Reicht das mit meinen 30? Reicht das mit meinen 30? Mal gucken. Wie viel habe ich jetzt? Jetzt habe ich 36.